Ja, und da sind wir wieder. Diesmal haben wir uns ja langsam mal vorgenommen, die erste Welt hier abzuschließen. Dauert auch nicht mehr lange, denke ich. Ja, ich hab mir überlegt, dass wir jetzt doch das noch hinbauen. Ich bin überzeugt. Und wenn ihr hier seht, ihr habt recht wenig Platz, dann könnt ihr zum Beispiel... Das geht jetzt hier schlecht. Ja, das hätte ich anders bauen sollen. Das muss ich anders bauen. Muss ich gerade nochmal ändern. Dann mach ich mal hier den Ausgang hin. Den Eingang. Ausgang. Ja, passt. Dann könnt ihr nämlich hier, zack, eine schön lange Warteschlange machen. Und dann hier einfach einen Weg mal rüberziehen. Müsst ihr einfach nur die Maustaste gedrückt halten. Himmelsklatsche. Oh Gott. Der ist total weiß. Sieht scheiße aus. Grün. Blau. Und Rot. Ja, geht. Äh. Da hab ich jetzt... Hasels... Himmels... Himmelsklatsche. Ja. Bin ich nicht kreativ gewesen. Oh ja. Ich denke mal, die Warteschlange könnten wir noch ändern. In... Diese Farbe vielleicht. Und noch Orange. Ja. Ja, ich hoffe, dass hier auch langsam mal die Besucher weiter nach hinten kommen, weil irgendwie treiben sich die nur da vorne rum. Weil... Man sieht hier schon langsam die Bahnen. Sind die zu teuer? Die drehen da die Leute um. Wo sind jetzt Kindertrauma? Ist immer noch kaputt. Hab ich denn einen Mechaniker überhaupt? Ja. Er ist auch recht zufrieden noch. Ja, das läuft hier auch schon. Für eine Person wahrscheinlich hier. Ja, für zwei Personen genau. Hey, die schmeißen hier mein Geld raus. Das haben die doch... Allein schon die Betriebskosten jetzt hier für die zwei Personen haben die dadurch nicht eingenommen. Mein Verkehrswert. Uh, der sinkt wieder. Oh mein Gott. Hey, hier geht alles kaputt. Schon wieder? Warum ist denn die Kacke die ganze Zeit kaputt? Wurde die nicht gerade repariert? Oh, diese Scheißpanda. Ich schlachte die noch alle ab. Stimmt der Preis hier? Hier oben. Ich möchte mal Meinung zu den Tieren hören, ob die da... Ob das denen auffällt. Vielleicht erhöhen wir noch den Preis. Ja, ich stelle mal mehr Mechaniker ein. Mir reicht's jetzt. Die Zuverlässigkeit von Fuzzles Kotzreiz ist niedrig. Niedrig. Von der hier, ne? Dann machen wir es jetzt mal hier so. Häufige Inspektionen. Alle 20 Minuten. Wie alles auf einmal kaputt geht. Der zweite Mechaniker hat sich echt gelohnt. Kann man nix sagen. Wollen wir jetzt nochmal... Wieso liegt denn der Reifen da draußen? Dauert mir jetzt aber auch zu lange, da jetzt alles wieder einzeln einzustellen. Fällt jetzt noch irgendwas? Nö. Aber hier hinten kommen halt so wenig Besucher hin, ne? Ich sollte hier am Anfang so eine Transportbahn eigentlich mal bauen. So ein Sessellift. Dann kommen vielleicht auch mehr nach hinten. Hoffe ich zumindest, weil wir denn das mal dann sagen. Da liegt doch schon überall Kotze. Ich brauche mehr Putzpersonal. Ja, nochmal hier von oben der Park. Die Musik wird jetzt auch wieder zu laut. Die Forschung habe ich jetzt komplett eingestellt. Wir brauchen ja auch, aber auch nicht mehr. Wir können ja nicht mehr bauen. Bringt ja jetzt nicht so viel. Können wir Zirkus bauen? Ja, auch mal interessant. Ja, aber das bringt jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel, dort hinten was hinzubauen, ne? Das hier schluckt halt Platz ohne Ende. Und die Tiere mösern nur rum, dass zu wenig Platz drin ist. Finde ich interessant. Aber weißt du was? Tschüss. Ups, was war das? Tier verkauft. Ja. Das läuft im Kreis. Wird auch verkauft. Tschüss. Hier. Ja. Ich würde mal sagen, wir haben alles geschafft soweit. Das Gehege, wollt ihr mich verarschen? Ist zu klein. Immer noch. Boah, diese Scheiße. Ich würde mal sagen, wir müssen mich schiffen. Mein Gott. Ich schaff's nicht. Mit meinem Park jetzt auch noch weniger besucht. Was mach ich denn falsch? Zu viel Müll. Alter, wie viele Leute da noch einfach nur kotzen. Das sind ja auch noch. Wie ist das jetzt hier? Das sind ja nur noch zwei Pandas. Wie können die dann darüber rummeckern? Frage ich mich gerade. Die Frage ist, wie kann ich jetzt noch ein bisschen mehr Geld einspielen? Ich muss irgendein Transport nach hinten. Weißt du was? Ich stelle jetzt mal mein Darlehen runter. Dann dürfte sich ja mein Verkehrswert auch verbessern. Oder? Da war ich schon fast an der Grenze. Oh, wo hatte ich denn da so viele Einnahmen? Wahrscheinlich habe ich irgendwas verkauft. Oder ich habe das Darlehen ganz einfach aufgenommen. Das kann auch sein. Geht mein Verkehrswert schon wieder? Oh, what? Scheiße. Geht schon wieder runter. Oh, das gibt es doch nicht. Scheiße. Was mache ich denn jetzt dagegen? Ich könnte... Hier würde ich ja ein bisschen was hinbauen. Aber die sind ja scheiße. Weißt du was? Ich brauche jetzt da was hin. Und da werden jetzt alle Bäume abgerissen. Das ist mir jetzt sowas von scheiße egal. Ich brauche jetzt hier eine Kurve. Zack. Ach, nicht genügend Geld. Nicht genügend Geld. Nicht genügend Geld. So viel. Und hier darf man nicht vergessen. Man muss auch hier am Ausgang. Aber hier sind auch Warteschlangen eigentlich nicht so wichtig. Ich werde jetzt hier 50 Cent nur verlangen, weil dann benutzen das möglichst viele. Und natürlich auch viel mehr Wagen hinbaue. Und dann kommen auch mal viel mehr Leute nach hinten. Hoffe ich. Weil hier laufen irgendwie die Leute nicht rein in dieser Ankehrung. Ja, Entschuldigung. Ich kann nichts machen. Ich glaube, diese Map hier ist einfach nicht für Pandas geeignet. Ich hätte mir keine Pandas zulegen dürfen. Das war von vornherein ein Fehler. Ja, das Darlehen habe ich ja auch schon fast zurückgezahlt. Ich werde das komplette Darlehen weghaben. Und mein Verkehrswert. Wie sieht das aus? 90.000 habe ich momentan. Ja, Firmenwert. Also, 91.000 Verkehrswert. Ja, der Firmenwert steigert sich natürlich. Aber der Verkehrswert ist natürlich total für den Arsch. Das ist natürlich nicht so lustig. So, aber jetzt kommen hier hoffentlich mal mehr Leute nach hinten. Hier sehe ich auch schon die ersten Gondeln hin und her fahren. Können wir auch mal machen hier. Wenn wir das mal so draufstellen. Ist das nicht schön? Zum Thema 3D-Mitfahrten. Ich werde wahrscheinlich nur bei selbstgebauten Achterbahnen mitfahren. Hier kann man auch mitfahren. Aber das ist eher langweilig. Weil es dreht sich halt alles. Und da passiert nicht so wirklich viel. Kann ich ja auch mal hin und wieder machen. Aber ich werde das nicht immer machen. Bei selbstgebauten Sachen mache ich das gerne mal. Ups. Hier kann ich aber auch irgendwie nicht mit dem Wagen schicken. Ja, hier. Ich muss hier noch mal ein Darlehen komplett runter. So. Uh. Der Verkehrsseil ist fast schon 96.000. Achten. Ich glaube. Wir haben es gleich geschafft. Wenn hinten halt mal irgendwie mehr Leute hinkommen. Dass hier so viele Leute da sind. Und dann hier vergleichsweise so wenig haben sie hier. Hoch, hoch, hoch. Da müssten doch... Das müsste hier komplett den Rahmen sprengen. Wundert mich gerade sehr. Wie viel... Wie viel Einnahmen macht denn das Ding zurzeit? Geplante Einnahmen. 2300. Gesamtgewinn 2800. Was denken denn die Leute so darüber? Kurzreize hat mir gefallen. Hier geht gar nichts. Was geht denn da gar nichts? Hoffentlich kriege ich es... Ja, das ist mega. Hm. Aber ist schon sehr bunt hier alles. Und... Bauen wir hier eine Löwenschau. Können wir auch hinbauen. Hier hinten, aber... Ich weiß nicht. Das lohnt sich, glaube ich, nicht mehr hier hinten noch überhaupt was hinzubauen. Wir können hier vielleicht noch die Preise erhöhen. Auf 3,50 Euro. Gehen da die Leute noch rein? Freue ich mich gerade. Ja. Und hier fliegen die Ballons. Nice Bahndesign verfügbar. Ja. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben auch hier das Darlehen. Haben wir auch runterbekommen. Der Park kann so weiterlaufen. Und wir können uns... Ohne schlechtes Gewissen in den nächsten Park begeben. Ja. Und dann in der nächsten Folge fangen wir gleich mit Mission 2 an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und... Ja. Ich würde mal sagen... Hier bei diesem schönen Anblick... Sehen wir uns in der nächsten Folge. Unterstützt uns. Abonniert uns. Und... Gebt uns vielleicht sogar einen Daumen hoch. Und favorisiert das Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Fürs Zuhören. Wie auch immer. Und... Tschüss. Tschüss.